Hallo und herzlichst Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3 Remastered. So, jetzt muss ich mich mal kurz zurechtfinden, weil jetzt sind wir anscheinend wieder woanders. Hä? Ach ne, da. Ne, hä? Hier waren wir letztes Mal, glaube ich. Genau, Siedlung, ja. Da war nämlich so ein komischer Achilles, der wurde anscheinend von zwei Leuten verfolgt. Und dem würden wir jetzt gerne helfen. Ich bin ja hier so einen ziemlich unnötigen Tod gestorben und auf einmal sind wir hierhin katapultiert worden. Ja, wir haben jetzt so Möglichkeiten. Möglichkeit A, wir können jetzt ein bisschen hier erkunden. Hier ist ein... was ist das hier? Das ist eine Kuriermission, genau. Also wir können es hier ein bisschen erkunden erstmal oder wir können der Story folgen, siehe gelbes Dingens, und diesem Achilles halt folgen. Ich denke mal, das werden wir auch tun. Also jetzt gucken wir mal, was hier los ist. So, das sind... Gegner. Okay. Ich muss mich erstmal mit der Minikarte... vertraut machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich zu Fuß da jetzt gar nicht hinkomme. Ich frage mich halt immer noch, warum ich damals hier gelandet bin. Ich laufe mal hier lang. Also der dunkle Bereich auf der Minikarte bedeutet quasi begehbarer Boden, und der helle Bereich bedeutet Wasser. Äh... Da will mir jemand einen Bären aufbinden anscheinend. Ja, es gibt einen Bereich, der ist auch mit ziemlich viel Wasser versehen. Da tummeln sich ganz viele Bären, das weiß ich noch. Oh, hi. Vielleicht ist der Bereich. Nein, ich möchte nicht gegen euch kämpfen. Ach du Scheiße. Oh, ei, ei. Ich habe es nicht gesehen. Ich möchte doch gar nicht gegen euch kämpfen, Mann. Ich möchte... Ich habe das hier rausgefordert. Das sind einfach so unfassbar viele Bären. Hahaha. So. Ups. Ja, danke für den Tipp. Du kannst dir einfach mal helfen, ne? Geil. Ich stelle mir kurz vor. So, jetzt habe ich... Jetzt sind die Bären einfach auf der roten Liste wegen mir, ne? Ähm, ich stelle mir einfach so vor, ich laufe durch die Stadt ganz normal. Was man halt so macht. Genau. Und sehe jemanden einfach mit so... Mit fünf Bären kämpfen. Ich meine, das kann ja auch mal vorkommen. Und laufe einfach so vorbei und sage, wenn du die Jagdhütte suchst, stehst du da vorne. Ja, genau. Okay, ich habe jetzt einfach mal fünf Bären getötet. Ich weiß, ob ich das zu diesem frühen Zeitpunkt auch schon machen soll. Was ist das denn? Hat er sich in den Hosen gepinkelt? Gibt es ja aus. Ähm, ja gut, ich würde mir auf jeden Fall in den Hosen pinkeln, wenn fünf Bären auf mich zurennen würden. Da könnt ihr euch aber drauf verlassen. Ja, es läuft irgendwie... Der Start läuft nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, ich laufe jetzt gemütlich zu diesem Achilles und gucke mal, wer das so ist und was er so macht. Und was er sonst uns so über die griechische Mythologie erzählen kann. Aber, ja, sind wir in fünf Bären gelaufen. Und ich frage mich gerade wirklich, ob hier vielleicht der Ort ist, wo die Bärenmarke quasi gegründet wurde. Bei so vielen Bären auf einem Fleck. Ja, gut. Also in Erinnerung hatte ich auf jeden Fall einen Bereich mit zwei, drei Bären. Man muss ja für Trophäen oder Herausforderungen Bären heute sammeln, etc. Oh, jetzt waren es halt einfach fünf. Aber ihr seht, der Connor kann... Er weiß sich zu helfen, definitiv. So, nichtsdestotrotz möchte ich immer noch zum Achilles. Ach, wisst ihr was? Ich nehme es einfach für die Schnellreise. Komm, bevor ich jetzt noch irgendwelche anderen Tiere hier komplett ausrotte. Das muss ja auch nicht sein. Ja, es ist gerade so ein richtig typischer Mittwochmorgen. Ich bin einfach verschleimt, bis zum Gehtnichtmehr. Ich bitte, dies zu entschuldigen, falls ihr dies hören sollt. Ah, hier war der Bereich. Genau, hier sind die vorbeigeritten. Und, ja, jetzt laufen wir nämlich hinterher. Es war jetzt schon drei Stunden her gefühlt, aber ist egal. Vielleicht können wir ihm trotzdem noch helfen, dem armen alten Mann. Okay, ich kann jetzt gerade nicht schnell laufen. Geh mir aus dem Weg! Was? Das ist ein Fehler in der Matrix anscheinend. Das haben wir doch schon mal erlebt. Was ist hier los? Nach der Importsiedlung reisen. Ja. Okay, eine sehr lange Ladezeit. Okay, was bedeutet das Dreieck? Ähm, das Dreieck bedeutet Grenzland. Und das ist die Davenport-Siedlung. Herrenhaus, okay. Das ist alles so groß, ne? Das ist alles einfach so groß. Hinke, Beins, Klunker. Ah, die Dinger, ich hab's ja schon erwähnt, die nerven einfach. Also, die werden, die werden jetzt nur noch hassen lernen. Ich glaube nicht, dass wir das in der Remastered-Version ein bisschen vereinfacht haben. Ah, wir können auch hier das nutzen, ne? Also, komm, das beherrscht, das wissen wir ja schon. So, ich hoffe, wir treffen hier auf keine weiteren Bären. Das muss man sich mal reinziehen, gell? Ich weiß, der Conner ist auf dem Weg zu ner bestimmten Sache, Ereignis, wie auch immer. Was ihn eventuell prägen könnte, so für die Zukunft. Und auf dem Weg, der tötet einfach mal fünf Bären. So, also gleichzeitig auch, oder? Nicht so hintereinander, also es war schon hintereinander, aber theoretisch haben sie ja gleichzeitig angegriffen. Aber es war wie in den schlechten Martial-Arts-Filmen, dass halt einer nach dem anderen kommt, immer. Ähm, vielleicht waren das, waren die Bären auch, ähm, Komparsen aus, ähm, schlechten Martial-Arts-Filmen, das kann auch sein. Aber ich glaube, Komparsen stehen nur dumm rum, oder? Ich glaube, Komparsen greifen nicht an. Da waren es halt Nebendarsteller. Nebendarsteller, genau. Die Bären. Hast du ihn gehört? Behauptet, er wäre sein eigener Herr. Was für ein Haufen Dünnpfiff. Wenn er keinen Herren hat... Das sind Privatangelegenheiten. Du verdrückst dich besser. Ja, hast recht, ich, äh, ich gehe hinter diesen Baum. So. So, sie waren aber nicht als Feinde. Nicht noch mal! Was willst du denn von mir? Ich laufe doch hier lang. Das ist, das ist, wieso, hä, wieso privat? Was? Wieso, das ist so ein öffentlich zugänglicher Bereich. Er ist nicht gekennzeichnet, das sind keine Schilder. Also, ich möchte nur mal... Ne? Ich habe gerade fünf Bären getötet. Ich habe nur ein bisschen Restadrenalin im Körper. Also, ich meine... Für solche Conchenicus... Keine Ahnung, was das Wort heißen soll. Habe ich keine Zeit. Ich habe das Wort mir immer noch aufgeschnappt. Das ist aber ein geiles Wort. Oh. Wo ist der alte Mann? Wie war denn das? Ach, das waren bestimmt die beiden, oder? Herrenhaus. Ein rüpelhafter Mann. Also ist der alte Mann ein rüpelhafter Mann. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Schutzinnenstellen suchen. Ich fand die erste Reaktion ziemlich cool vom Achilles, wo er einfach gesagt hat, nein. Also einfach nur nein. Also nein heißt einfach nein. Man muss es auch einfach mal akzeptieren. Man muss auch mal lernen, nein zu sagen. Aber dieses Achilles scheint auf jeden Fall ziemlich viel Geld zu besitzen. Oh, es fängt dann zu regnen. Dann rasch hier rein. Ich muss ein Lager aufschlagen. Und das darf ich nicht. Ich habe ein bisschen zu verabschlagen. Ich habe eine Verkaufsgeräte. Der Tag danach. Den Mann zu einem Gespräch überreden. Gut. Also anscheinend da nichts dagegen, wenn irgendwelche fremden Menschen in seinem Stall übernachten. Er ist anscheinend der Mann, den wir suchen sollen, laut unserer Ältesten. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. Das könnte sein. Ich muss halt sagen, die Synchronstimme von Ryan Reynolds, die passt einfach nicht wirklich zum Konrad. Das finde ich persönlich. Also... Der ist einfach zu jung. Weiß nicht. Nicht, dass Ryan Reynolds nicht jung gewesen wäre, aber... Ich finde die Stimme passt einfach nicht. Keine Ahnung. Meine persönliche Meinung. Versuchen, durch die Hintertür zu gehen. Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land. Okay, der ist richtig penetrant, ne? Ich komme hoch. Äh, äh, hier. Das ist auf jeden Fall so... Nein. Ja, da geht auch. Okay, dann machen wir es halt so. Nein! Also im Klettern muss ja Connor erst noch ein bisschen lernen. Das kann doch nicht so. Mich nervt das, dass wir schon wissen, dass er Connor heißen wird. Dass ich ihn jetzt schon so nenne. Aber ich muss ihn so nennen, weil in anderen Namen kann ich auch sprechen. Ja. Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst, vielleicht ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden. Den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch? Ich werde nicht gehen. Hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. Schutz in den Stellen suchen. Wir müssen... Ah ne, ich bin einfach ruhig. Ich habe mich gestern Abend noch, lustigerweise, was gelesen von einem Easter Egg an diesem Ort. Ähm. Ja, aber ich will noch nichts verraten. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach... Vielleicht, wir können trotzdem mal gucken, ob wir von außen vielleicht... Ich dämmer Tempelassess mit Wissen, auf was ich hinaus will. Ich sag nur Fenster. Weil das müsste man ja eigentlich von... Aus... Na, ich guck. Ne, 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 ne. Alles gut. Ich mach jetzt später erstmal weiter. Wo hab ich das denn gelesen? Irgendwo hab ich das gestern noch gelesen. Er ist ein Tatter-Greis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Feindchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag mich, ich hätte dich nicht gewarnt. Ach, Leute, wir können doch alle Freunde sein. Ui, Männer! So. Wow. Ups, ich wurde getroffen. Du hast ja verschwunden, als du konntest. Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du fragst besser den Boss. Du arbeitest also für den Alten. Stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Regen. Oh. Vielen Dank. Räum hier auf. Und dann sollten wir wohl reden. Ach, hier ist ein Haupthaustreffen. Wir müssen aber erstmal hier aufräumen, oder? So. Warte, wir räumen erstmal auf. Warte. Die Leichen sind alle weg. Gott sei Dank. So, ich leg das jetzt mal hier rein. Das wäre so ein... Eigentlich ohne Scheiß. Das müsste immer alles jetzt so ein Ziel sein. Erstmal aufzuräumen. Er hat ja gesagt, wir sollten aufräumen. So. Bitteschön. Hier ist noch... Hier ist noch... Ach, hä? Wieso habe ich hier noch niemals... Was? Nein! Ich will nicht tauschen, die mir fallen lassen. So. So. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Ihr seht's. So. Genug aufgrund. Die Waffe lassen wir mal lieber hier liegen, zur Sicherheit. Und das Schwert, das lag schon hier. So. Fenster? Nein. Nein. Verzeih. Nicht deine Schuld. Dir wird bald alles auseinanderfallen. Ein Wunder, dass es nicht bereits geschah. Also, wer bist du? Mein Name ist Radon Hagedon. Genau. Nun, ich werde nicht einmal versuchen, das richtig auszusprechen. Und jetzt? Warum bist du hier? Ich soll nach diesem Symbol suchen. Weißt du überhaupt, was dieses Symbol repräsentiert? Oder worum du mich bittest? Nein. Und doch? Bist du hier? Der Geist sagte, dass... Dass ich... Diese Geister von dir haben die Assassinen schon seit Jahrhunderten verfolgt. Und zwar, seit Ezio die Flasche entkorkt. Du weißt nicht einmal, was ein Assassine ist, richtig? Na dann, mach es dir bequem. Ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Und die wird schon eine ganze Weile dauern. Dann, mit mir in, was das hier ist. Und jetzt... Untertitelung des ZDF, 2020